Es steht gegenüber dem Halbmändergewicht, das ist von Klasse bis 64 Kilogramm. In der roten Ecke, Schlagteck Stinnig, das ist von Rudolf Brandt. Und in der blauen Ecke, Eugen Buhrhardt. Links frei, Runde 1. Wir hatten ja unsere, aber Karin und Horst. Ja, aber 20 Jahre. Ja. 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 Auf der Zwei. Oh, ich muss das aber nicht verbringen. 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 Ich muss das aber nicht verbringen. Ich muss das aber nicht verbringen. Oh, 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 ich muss das aber nicht verbringen. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 140 Mal als Sieger den Link verlassen, Eugen Burhardt. Vielen Dank. 100 Mal als Sieger den Link verlassen, Eugen Burhardt. 100 Mal als Sieger den Link verlassen, Eugen Burhardt. 100 Mal als Sieger den Link verlassen, Eugen Burhardt. 100 Mal als Sieger den Link verlassen, Eugen Burhardt. 100 Mal als Sieger den Link verlassen, Eugen Burhardt. 100 Mal als Sieger den Upshop, Eugen Burhardt. 250 Mal als Sieger im Auftrag des explode von Jahren, 메b coaching und Dam began. 100 Mal als Sieger den Link verlassen, wir wollen das winner, und er ist eine Normale im Auftrag des haben. 51 Mal als Sieger hat es nicht kläppen ohne intrigierende Ut released. 52 Mal als Sieger und upp minimieren. 95 Mal als Sieger im Auftrag des здоровs aus zum großen Dingels und die Feind, das haben Sieger, das leider musivert rigtig Goneog God divulge zählt. 52 Mal als Sieger eine Durchsehuh mare? Der Mann, der Mann, der Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 Das Kampffeld entscheidet 7 Punkte aus der Roten Ecke. Vielen Dank. Vielen Dank.